und willkommen zurück let's play emergency wir sind immer noch gerne am sammeln helipolze helikopter der sieben halb kostet und der alte erst mal abwarten aus ungeklärten gründen ist ein schiff in brand geraten mehrere besatzungsmitglieder haben sich durch einen sprung ins wasser gerettet und befinden sich nun in gefahr zu ertränken löschen sie alle brände und retten sie alle besatzungsmitglieder wird erledigt auch würdchen hierzu wasser ist in arbeit ich bin hier sind gott noch mal ja dann halt eigentlich wenn bereit wird gemacht zu befehl in ordnung zu befehl zu befehl schatzi an land schwimmen logischerweise gott man theoretisch nachher und dann muss ich denke ich aufs wasser lassen dass der aber keine verletzten aufnehmen kann verstehe ich nicht nachher gar kein problem wir sind uns dann hacky, äh, kardonnisch mit wir haben ja keiner stehen um die rettungsteile glaub ich, die du abwerfen kannst einmal und zweimal bin bereit, wird erledigt schön synchron alles erwarte Befehle das hat er immer direkt die freut, oh, wahrscheinlich mehrere sind jetzt naja bin dabei ja zu Befehl höre in Ordnung bin bereit zu Befehl was geht's rüber wird gemacht erwarte Befehle bildet euch nicht gegenseitig, Idiote höre 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 jawohl so ja komm dann du mal guck mal hat er jetzt schon mal gelöscht kriegen höre höre äh höre rüber höre Was geht's? In Ordnung. Jetzt halt warten. Erwarte Befehle. Ja? Aber festfahren bitte. Ja? Perfekt. Erwarte Befehle. Ja komm. Heimer. Bin bereit. Und zwar noch. Was geht's? Wird erledigt. Was geht's? Ist in Arbeit. Ja? Ach jetzt haben sie. Haben wir gecheckt. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Wird erledigt. Wird erledigt. Höre. Wird gemacht. Höre. Du Befehl. Bin bereit. Sofort. Der Held ist auf dem Weg weg. Und jetzt geht's auf und rüber zu fahren. Das ist nur Platz und drehen wir jetzt den ganzen Weg zurück sobald es rückwärts fährst. Okay. Wart war das jetzt? Verstand. Okay. Ah mir graut's bis von dem Pulser Einsatz jetzt. Ganz ehrlich. Aber so richtig. Das ist nur spannend wie man das schafft. Ja. Ach. Einen Auton unterneißen. Komm. Da. Einen Auton fehlt noch. Denk ich mal. Na gut. Muss ein großer Auftrag sein. 700er. Ja. Notruf, Brandausbruch in einem Müllbehälter, Ursache unbekannt, löschen Sie alle Brände. Okay, zu Befehl. Ja, die Hamburg-Stürme sind immer so herrschen hier. Das heißt, wir müssen wieder abwarten. Schleuen wir das ganze Spiel mal ein bisschen gerade. Notruf, Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Was sind wir am Ende hier alles? Ach komm, mach schon. Bleibste. Lösch eher. Ich hätte es auch gehen können. Ich bin bereit. Verstanden. So. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Zu Befehl. Ich bin gespannt. Er sollte auch noch nie gespielt. Hier, der Schissbrand war, letzte große Einsatz, der Schissbrand, der war, das letzte, was ich hier gespielt habe, hier bei dem Spiel. Weiter schon wird, ehrlich gesagt, noch überhaupt nicht gespielt. Und jetzt bleibt sein. Was hast du da wieder auf Vohle-Grippe? Ansteckende Schweine-Grippe, okay. Ich bin gespannt. Das ist einfach mehr oder nur. Hier ein bisschen da, ein bisschen Schuss. Entschuldigung, ich werde wieder heilen. Na ja, glaub ich, du schaust noch nicht. Ich bin bereit. Wird erledigt. Okay, er ist so buggy hier. Ich habe gerade 1300 bekommen. Notruf, Gebäudebrand, Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Ist in Arbeit. Was geht's? Bin dabei. Kein Problem, bin dabei. Wie gesagt, er ist kein Geld dazu bekommen, ist doch gemein, er schickt ihn auch mal hier drüber. Falls eventuell der typische Hilfe braucht, weil ich vermute. Oh, das macht ein Kackau wie schön hier. Achtung, bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt. Rüsten Sie einen Feuerwehrmann mit einer Axt aus und holen Sie die Opfer da raus. Ja, ja. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Höre. Bin dabei. Bin dabei. Ja? In Ordnung. Verstanden. Der Feuerwehrmann kann keinen zweiten Hydranten in der Nähe des Ziels finden. Ja. In Ordnung. Was geht's? Sofort. Ja? Alles klar. Kommt gerade noch ein Telef. Ja? In Ordnung. Anschließen. Harkt zu Befehl. Uns wurde berichtet, dass eine Person eine Zeitbombe gelegt hat. Der Täter ist bewaffnet und gilt als gefährlich. Entschärfen Sie die Bombe, behaften Sie den Bombenleben. Sollte die Bombe explodieren, bevor Sie sie entschärfen können, dann kümmern Sie sich um alle Vollgeschäden. Wird gemacht. Hm, du schon wieder. Alles klar. Bin dabei. Okay. Jawohl. Erwarte Befehle. Was geht's? In Ordnung. Alles klar. Storn aus, Rostel. Wird gemacht. Zu Befehl. Achtung. Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Ja? Erwarte Befehle. Okay. Was geht's? Zu Befehl. Aha. Was geht's? In Ordnung. Bin bereit. Höre. Ist in Arbeit. Sofort. Bin bereit. Ist in Arbeit. Alles klar. Ja? Was geht's? Mit der VÖ-Leute ausgestiegen. Erwarte Befehle. In Ordnung. Komm, Schleiche holen. Jawohl. Wird gemacht. Oh. Vermacht mal. Ich würde können sich ja einfach alle mit der LF anschließen. Bin bereit. Zu Befehl. Was geht's? Alles klar. Oh. Ich bin da jetzt auch fast versorgt. Erwarte Befehle. So. Zu Befehl. Wird erledigt. Was geht's? Und das gleich in den Knast. Zu Befehl. Er hat besser mal machen könnt. Ja. Verstanden. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Handstation in der Basis. Höre. Kein Problem. Was gehts? Wird erledigt. Oh! Höre! Jawohl! Jawohl! Höre! Alles klar! Bin bereit! Oh! Verstanden! Ja? Verstanden! So. Geh ans Bauch jetzt zurück. Kann man reinsteigen bitte? Das macht auch nicht mal Farben entgegen, ja? So So, wird schon mal entspannen Aber das ist glaube ich auch irgendwas Nei, Spalt Ja Ja, super Auf der Hamburger Reeperbahn gibt es eine Schießerei zwischen zwei verfeindeten Gangs Die Gangster haben sich hinter Fahrzeugen verschanzt und befinden sich in einem Feuergefecht Es gibt Verletzte, Brände sind ausgebrochen Beenden Sie die Schießerei, indem Sie alle Gangster festnehmen und abtransportieren Versorgen Sie alle Verletzten und löschen Sie die Brände, bevor Sie sich in Stadtinnere ausbreiten Okay Verstanden Wird erledigt So Ist in Arbeit Alles klar Oh, was ist das hier? Bin bereit Bin dabei Zu befehlen Höre 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 Ja? Zu befehlen Alles klar Eine weitere Person wurde durch einen Schuss verletzt Wir müssen uns um sie kümmern Kein Problem Wir sollten Schusswaffen nur sehr restriktiv einsetzen Unsere SEK-Spezialisten können Gangster effektiver festnehmen und abtransportieren, wenn sie Blendgranaten einsetzen Zu befehlen Zu befehlen Sofort Sofort Na ja, hat das abgelaufen Bin bereit Verstanden Bin dabei Wird gemacht Bin bereit Ist in Arbeit So 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 Bin bereit Ist in Arbeit So So Kein Problem Kein Problem Jawohl So Höre Ja Ja Aha Erwarte Befehle Dann komm erstmal hier rüber Kann auch mal eine Rettungssnähe Kann auch mal eine Rettungssnähe So Zu befehlen So Höre In Ordnung In Ordnung Ja In Ordnung Okay Höre Kein Problem Erwarte Befehle Öffnen Ich hätte vielleicht ein bisschen anders machen sollen Aber Ich hätte vielleicht ein bisschen anders machen sollen Ich hätte vielleicht ein bisschen anders machen sollen Ich kann sagen, dass die jetzt eh drauf gehen hier alle Erwarte Befehle Verstanden Erwarte Befehle Alles klar Erwarte Befehle Wird gemacht Was geht zu Befehlen Was geht zu Befehlen Zu Befehlen Oh Sofort in Ordnung Ah ja So Oh Russwagen unterwegs Ich hab auch einen Russwagen gebrochen Tja Ja Bin bereit Wird gemacht Ja Bin bereit Wird gemacht Höre Höre In Ordnung In Ordnung Ja In Ordnung In Ordnung Erwarte verstanden Sofort Sofort Ah ich bin noch Ich bin noch zwei Ruhe Ja das war auf jeden Fall eine lange Troll Diese Tour Was geht's? Jawohl Ja Sicher ist der schon mal Ah ne hier ist gar nicht Da gibt's nix Okay Nicht gedacht Gut Hat vielleicht nicht direkt da die ähm Das ist gar so der Mast einsetzen sollen aber Ups Ich bräuchte mir echt einen Nordeärzte Ja Jawohl Oh Was geht's? Der Mannschaftstransportwagen bringt alle Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis Alles klar Jawohl Jawohl So Ja sofort Erwarte bis hier Zu Befehl Okay So Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis Kein Problem Was geht's? Ja Okay Zu Befehl Abfalle im Behandlung ist da Was geht's? Sofort Ja Erwarte Befehle Bin dabei Höre Alles klar So Er hat jetzt abwachen muss da die äh Ja Na ja Na ja Naja Das ist eigentlich falsch nicht durch Oh Warum? Höre Kein Problem Ist in Arbeit Geflasht Punkt Abzug aber ich muss bei Leute irgendwie nach Haus gehen Ja Höre Jawohl Jawohl So So Typ ist da ja Höre Ja In Ordnung Was geht's? Ist in Arbeit Das war jetzt einigermaßen einfach in dem Sinne Ja Höre Ja Was geht's? Höre Bin dabei Zu Befehlen Wird erledigt So Okay Bin bereit Wird erledigt Erwarte Befehle Ja Höre 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 Ja Was geht's? Oh Sofort Sag noch was taktisches Ich muss erst mal alle weggehen Ja Okay 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 war echt das einfacher als gedacht und als mehr Sorgen gemacht aber naja auch noch dort eine längere Folge auch feines Alles klar So Ich bin dabei Ich habe viel Personschaft ursacht aber wir haben jetzt lieber so als wie anderweitig Wird gemacht Erwartet wird erledigt Ich hoffe ich in Bronze werden, war ich jetzt schon Zu Befehl Okay Okay Bin bereit Was geht's? Alles klar So Erwarte Befehle Okay Erwarte Befehle Okay Erwarte Befehle Erwarte Befehle Erwarte Befehle und ihr bitteschön der basis erwarte befehle wird gemacht was geht okay ich muss das wachsatzten er hat er wieder frei ist zu befehl ich bin bereit alles klar goldwurz kriegen wir jetzt keine personenstand und ich habe ja gut personenstand verursacht um auch immer sicher zu gehen der rettungstransportwagen bringt das opfer zur krankenstation in der basis fertig was ist eine einfache mission 15 uhr da so bin ich mal gespannt ich bin bronz sehr gut einsatz erfolgreich abgeschlossen versuchen sie immer den überblick über alle verletzten so ist die gefahr geringer dass einer der verletzten stirbt aha na gut aber nicht heute für heute ist immer durchschwester und wenn es euch gefallen ist auch morgan zu zeigen neun folge von let's play am merciful bis dahin ciao